Das habe ich nicht bestellt. Mmmh, ich habe Hunger. Ok Google, was gibt es in meiner Nähe zu essen? McDonalds möchte ich nicht. Ich muss danach immer dringend aufs Klo. Ich könnte ins chinesisches Restaurant. Mmmh, nein, heute nicht. Ich möchte heute etwas richtig Deutsches. Uh, es gibt ein Restaurant namens Omas Küche. Ich kann bestimmt etwas Gutes dort finden. Ich sollte mir kurz die Speisekarte ansehen. Mmmh, Knödel, Spätzle, Fleischklöße, Maultaschen. Alles zu einem guten Preis. Das ist genau das, was ich suche. Guten Tag, willkommen im Restaurant Omas Küche. Jeden Tag werden Spezialitäten aus der Küche meiner Oma hier zubereitet. Das sind genau die Rezepte, die meine Oma vor 300 Jahren geschrieben hat. Ihre Oma ist 300 Jahre alt? Natürlich nicht. Sie war schon 100 Jahre alt, bevor sie diese Rezepte geschrieben hat. Oma ist nun 400 Jahre alt. Ihre Maultaschen können Krebs heilen. Ein Apfel am Tag hält den Arzt fern, aber ein Stück Apfelsträuselkuchen von meiner Oma hält den Senzenmann fern. Den muss ich unbedingt probieren, aber zuerst möchte ich etwas zu Abend essen. Was empfehlen Sie? Sie können wirklich nichts Falsches wählen, aber meiner Meinung nach sind die Fleischklöße mit Spätzle einfach herrlich. Das klingt gut. Ich nehme das und auch noch einen Salat dazu als Vorspeise. Etwas zu trinken? Eine Fanta, bitte. Fanta haben wir leider nicht. Dann nehme ich einfach eine Cola. Cola ist heute alle. Hm, was haben Sie noch zum Trinken? Bier, Wein, Mineralwasser, Milch. Ein Bier, bitte. Helles, dunkles, Pils, Weißbier. Ein Pils, bitte. Rothaus, Tannenzäpfle, Krumbacher, Warsteiner. Überraschen Sie mich. Ich möchte einfach etwas zu essen und ein Bier. Verstanden. Kommt sofort. Ihr Bier, bitte. Danke. Ihr Salat kommt bald. Hier ist der Salat für Sie. Brauchen Sie noch etwas? Eine Gabel. Hier ist das Besteck. Danke. Guten Appetit. Das habe ich nicht bestellt. Oh, wirklich? Was haben Sie bestellt? Fleischklöße mit Spätzle. Ach ja, die Suppe war für den Herren da drüben. Das tut mir sehr leid. Die Fleischklöße mit Spätzle kommen sofort. Ist hier noch frei? Ja, bitte. Dankeschön. Fleischklöße und Spätzle. Guten Appetit. Dankeschön. Bitte. Und was kann ich Ihnen bringen? Ein Bitt bitte. Ich weiß noch nicht, was ich essen möchte. Ich lese noch eine Weile die Speisekarte. Ich komme gleich wieder mit Ihrem Bier. Haben Sie sich entschieden? Ja, ich möchte das, was er hat. Fleischklöße mit Spätzle? Ja, das sieht lecker aus. Ist es auch. Ihre Rechnung? 15,80 Euro. 18 Euro. Stimmt so. Danke sehr. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ja, ich freu euch. Ja, doch, wir gehen alle. Gut, wir gehen alle. Tschönergäuser zu. Das war's. Das war's. Du bist gut. Gott, wir gehen.